wieder einen mal gucken ob ich ihn wiederbeleben kann ja vielleicht wieder sterben Okay, wir können nur noch Jungs ausbilden. Ach, den muss ich ersetzen. Gilt es full? Ach so, weil die sind alle abgewandert. Oh. Schnell mehr Geld, bevor sie sie despawnt. Komm, mehr Geld. Die lasse ich nämlich nicht sterben. Okay, da es den Anschein hat, dass wir uns gefangen haben, überschreibe ich mal nichts, sondern speichern neu. Dann versuchen wir mal da hinten. Das Ding auch... Oh, guckt euch die ganzen Ölbären hier an. Pestilenz. Pestilenz. I join the wild spirits. I was a delicious looking reward. Deswegen Geld, um Leute anzulocken. Diesmal kann ich sie nicht widerlegen. Oh. Stats-Kollektor. So, Sivaru. Du wirst nicht mehr so gut bekommen. Hm. Woher hätte man... Oder doch? So, Sivaru. Bist du bereit, mit der Tod zu flirten? So. Wir sollten aber dann auf den Lunar-Tempel upgraden. Okay, die kann ich wiederbeleben. Dass die Ranger so gut darin sind, die Höllenbären zu töten. Weil da sind wirklich viel zu viele von denen. Exploring, okay. Kommt, hier gebe ich auch noch eine Chance. Das ist nicht so ein Problem, was ich mit Warriors habe. Sie kaufen sich keine Tränke. Nein, kein einziger Trinkentrank. Das ist nicht so ein Problem. Ich werde den Lunar-Tempel wieder aufbauen. Ach, da war ich wieder mal zu langsam. Warum war ich eigentlich da oben? Ich hätte hier irgendwo bauen sollen. Von da aus kommen keine Quorms mehr. Oh, da kommt eine etwas stärkere Welle wieder. Ich glaube, ich mache erst den Tempel hier unten kaputt, damit ich nur noch in der Richtung aus abdecken muss. Aber jetzt erst mal hier 8.000 drauf, damit das Ding noch wegkommt. Das Oku-Dien werde ich ja irgendwie loswerden. Ich bin aber froh, dass wir das noch irgendwie wieder... Okay, so Levy habe ich keine mehr übrig. Ach so, die sammeln sich im Inn und warten darauf, dass ihr Gebäude repariert wird. Oder wie? Ah, ein popular place for who has to visit if they have nothing else to do. Vor allem hier sind es auch so viele Höllenwehren und alles. In the name of the sovereigns! Die Windlord blesses mich! Die Windlord blesses mich! die Windlord blesses mich! Die Windlord für mich! Sie sind nun zu denotenen Windlord! Ich habe es gelernt! Hu, ich habe es gelernt! Ist das ein schnelles Torbarm für mich! Die Windlord für mich! Hier können wir ihn nirgends hinbauen! Sie� fordern! Und jetzt kommt nach dem Tier! Also, kommt er hier hin! Das YK Втор! So, die sind jetzt alle wieder hier. Yep. So viele Höllenbären, das ist kein Wunder. Du bist nur fünf, dich ersetze ich. Tut mir leid. Wir warten mal, bis sich die Höllenbären etwas verteilen, was sie nicht wollen. Okay. Tut mir leid, aber du bist mir wieder zu blöd. Tja, tut mir leid. Dein Kumpel hat... Mein Kumpel hat das Pensum leider aufgebraucht. Okay. Okay. Die sind immer noch Salken. So bist du ziemlich gut ersetzbar. Wie fonctionne das? Wie funktioniert das jetzt, ihr Grlogo-Kass家? So松ivah couple haszst sie delta. Softivah, run 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 run! Run 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 run! Softivah! Ah, Gott, this caught for me aus. Okay, we live a little bit longer than the Discordies. Was passiert eigentlich, wenn ich hier... Okay, let's go. Okay, let's go. Oh Gott!